Fokus Energie, das Magazin für praktische Tipps rund um das Thema Energie. Guten Abend. Ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung, das ist der Traum von vielen. Wer eine Immobilie kauft, sollte aber schauen, dass sie nicht an Wert verliert, wenn man sie später vielleicht wieder verkaufen will. Eine Möglichkeit für eine langfristige Wertsteigerung ist die Gebäudeautomation. Magnus Hagen hat sich einen Traum erfüllt und sich eine Wohnung gekauft. Das Besondere an dieser Wohnung? Das Licht, die Storren, die Heizung und sogar die Sauna sind vollautomatisch gesteuert. Ich bin ein Sportmensch und wenn ich am Wochenende nach einem langgefahrenen Pass nach Hause komme oder in der Woche nach dem Training, kann ich die Sauna schon eher anstellen. Sie läuft, ich kann auf dem Sofa nachher liegen, ich muss mich um keinen Lichtschalter mehr kümmern, dass ich irgendwie noch aufstehen muss, da Licht an, da Licht aus, ich kann es steuern über das iPhone, über das iPad. Die Idee zu der Automatisierung ist aber erst gekommen, wo der Ausbau der neuen Wohnung schon weit fortgeschritten war. Die EKZ L-Top hat darum innerhalb kürzester Zeit die Planung aufgeleistet und mit der Bauleiterfirma koordiniert. Die EKZ L-Top aus Zürich hat mit Blickfang, Raum und Bad super zusammengearbeitet. Ich muss mich um gar nichts kümmern, das war einfach grandios. Der Herr Hagen wollte nicht nur eine vollautomatisierte Wohnung haben, er wollte das Ganze auch noch von fern aus steuern. Darauf haben wir eine Visualisierung gemacht und er kann via Smartphone oder via Smart-Tablet darauf zugreifen. So können zum Beispiel verschiedene Lichtspiele programmiert werden und von überall auf der Welt die Storre reguliert oder auch die Wohnungstemperatur verändert werden. Eine Investition, die sich längerfristig rechnet. Die Gebäudeautomation bietet aber noch viel mehr Möglichkeiten, vor allem in der Energieplanung von morgen. Neben der komfortablen, einfachen Haussteuerung, wie wir sie beim Herrn Hagen haben dürfen realisieren, setzt sich das Team der L-Top Gebäudeautomation ein intensiv mit einfacher Regularisierungslösungen rum, wo sie kostbare Energie auseinander. Auf beispielsweise Speichermöglichkeiten wie dem Boiler abzustimmen, andererseits, wenn wir mit einfacher Auswertung den Kunden auf seinen eigenen Verbrüch sensibilisieren. Informieren Sie sich über die Möglichkeiten der Gebäudeautomation ganz einfach unter ekz.ch.tv Unsere Zuschauerfrage kommt diese Woche von Ingrid Pfenninger. Sie will wissen, was die Bezeichnung 2700K auf der Lampenverpackung bedeutet. André Montani, EKZ-Energieberater, was heisst das denn genau? Ja, das ist die sogenannte Farbtemperatur in Kelvin. 2700K ist ein warmes Licht, wie man es von der Glühlampe her kennt. Das wird vor allem im Wohnbereich eingesetzt. Höhere Werte, wie zum Beispiel 4000K, wirken schon eher kalt und werden vor allem bei Arbeitsplätzen eingesetzt. Danke vielmals. Wenn auch Sie eine Frage haben zum Thema Energie, schicken Sie uns sie ganz einfach über die Website der EKZ. Fokus Energie gibt es in zwei Wochen wieder. Bis dann, auf Wiedersehen.